Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei VIOFOMARIK und wir wollen hier mal gucken, wohin uns das... Na, na, sieh mal einer an! Ich hatte schon eine Vermutung, ganz im Ernst beim Bearbeiten dieser ganzen Sache, dass eventuell, genau, eventuell dieser Weg, dieser blöde Weg zu irgendwas Nützlichem führen könnte und jetzt seht euch das einfach einmal... Okay, das eventuell nicht, ja, aber, ähm, ja. Das Mysterium rund um das Secret wurde gelüftet. Jetzt noch was. Hier müsste es doch... Wird das funktionieren? Achso, ey, achso, ich verstehe jetzt. Die Pfeile, die zeigen an, wo es die sicheren Stellen gibt. Jetzt checke ich das erst. Oh mein goodness. Äh, ganz im Ernst, erst jetzt verstehe ich das. Oh. Okay, ich verstehe es so, dass ich gleich wieder sterbe. Oh je. Na gut, aber ganz im Ernst, Leute, ich... Boah. Ich bin glücklich, egal, was hier jetzt passiert. Ich habe nämlich nun es geschafft. Ich habe das Secret. Mir interessiert mich hier nicht. So, hier bleiben wir hier wieder stehen. Weil das so schön ist. Da, 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 da. Und hier speichern wir ab. Weil Lulu uns gerne hat. Da, 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 da. Pff. Okay, 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 okay. Hier sind wir sicher. Ba, 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 da, ba. Ba, 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 da. Ba, 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 da. Nein. Ich wollte doch nur durch. Lasst mich da einfach durch. Ich möchte einfach nur... Ja, kommt, verpisst euch jetzt doch mal. So. Hier bin ich doch auch sicher. Nehme mich doch mal ganz stark an. Oder bin ich blöd? Ich selbe hier trotzdem mal auf Lulu ab. Und ich habe schon gesehen, ich muss hier ein bisschen nach rechts, genau. Drei. Wie viele kommen denn dann noch? Ja, guckt euch mal die Pause an. Zwei, drei. Okay. Alles nun geschafft. So. Ich habe es wieder abgespeichert. Ganz im Ernst. Ob peinlich oder nicht. Das ist hier nicht die Frage. Und ich möchte einfach nur noch... Hier weg. So. Jetzt gehe ich mal nach links... Das hier, da muss ich doch noch rein. Um Himmels Willen. Ein Secret. Ein Secret. Ein Secret. Ein Secret. Ich bin entzückt. Im Ernst. Es gibt hier ein Secret. Boah. Gut, es gab davor auch ein Secret, aber das war nicht so ein wirkliches Secret. Das war so ein... Ähm. Ähm. So etwas... So eine Art Belohnung. Jetzt um Himmels Willen. Ich fühle... War das Ding da schon immer da oder ist das erst jetzt aufgetaucht? Komm her, du blöde Plattform. Okay, wie komme ich da durch, ohne zu sterben? Ich... Okay, überspringen. Wir versuchen es mal mit überspringen. Das muss doch irgendwie gehen. Oh. Ja, ich weiß, dass da eine Plattform nach oben führt. Bum, 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 bum. Guck dir an, wie schräg er schießt. So als ob... Er echt wüsste, wie er mit seiner Waffe umgehen soll. Ich dachte, alle hier... Alle Gegner hier in diesem Spiel sind blöd. Aber der scheint intelligent zu sein. Verdammter, blöder Robo. Robo, bobo. Oh oh, das ist nicht gut. Wenn er jetzt zum Schießen beginnen würde, dann hätte ich ein fettes Problem. So. Lass mich mal in Ruhe. Ei, ei, ei. Okay, das ist blöd. Das ist echt blöd jetzt gerade. Eine Sache, die ich aber noch mache, ist, dass ich gucke, was hier unten eigentlich ist. Okay. Etwas Neues. Weil wenn ich schon mal hier bin, ganz im Ernst, hat es keinen Sinn, dass ich erst mal nach rechts gehe und gucke, was rechts vom Robo-Bobo ist. Secret? Nee. Was ist denn hier los? Ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hier ist der Nebenraum. Gut. Ich konzentriere mich jetzt gerade. Und das ist wichtig, weil... Oh, eine Tür fehlt uns. Und dann müssen wir... Da sind Punkte. Und für diese Tür müssen wir ganz nach oben. Aber wir kommen hier nicht mehr hoch. Das bedeutet, wir müssen hier nach unten. Okay. Moment. Nee, die Punkte, die waren hier. So, die gehören mir. Wuppe. Waren wir hier rechts schon? Ich weiß nicht. Gut. Eine Keycard wird es hier jetzt nun vermutlich auch geben. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Angst, wollte ich sagen. Alter, wie kannst du mich hier sehen? Ich stecke hier in einem Loch. Wie kannst du mich hier sehen? Das geht doch gar nicht. Ja, ich gehe da erst hoch. Nein. Du, nee, der muss hier weg. Nee, das ist viel zu gefährlich. Und du, hör auf, da unten rumzuschießen. Ich tue dir doch gar nichts. Total. Wann habe ich das letzte Mal überhaupt abgespeichert? Das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich mal wieder irgendwo verkackt habe. Okay, das geht ja noch. Du sei ruhig, weil du störst mich. Du irritierst mich und störst mich und alles auf einmal. Okay, hier müssen wir sowieso noch einmal lang. Das bedeutet, ich muss mich eigentlich nicht so wirklich beeilen, oder? Naja, nee, hier war noch der Nebenraum. Gut, den hole ich mir. Ja, ich hole mir einen Raum. Einen Raum zum Mitnehmen, bitte. So, dann muss ich hier nach unten fallen. Hier waren die Punkte. Ja, ich möchte hier alles einsacken, ne? Das kennt ihr schon mittlerweile. Nein. Das war ein bisschen tricky. Aber hier kommen wir trotzdem hin. Okay. Gut. Ei. Und hier speichere ich wieder ab, damit es einfach nur keinen Fail hier mehr gibt. Ich habe die Cycles um 2000 jetzt erhöht. Das bedeutet, ich spiele jetzt mit 5000 Cycles. Und ich denke, das müsste eigentlich okay sein. Du dreh dich nicht um. Denn du machst mir Angst. Du bist rot und voll aus Stahl. Das macht mich nicht an. Du bleib jetzt mal ganz still. Da oben ist ein Schalter. Für was wird der... Ich hätte das jetzt gerade wieder vergessen. Kann sie mir jetzt? Da sterbe ich wegen dem. Und dann vergesse ich eigentlich, was hier eigentlich los war. Oh, schon wieder. Alter, was ist das für eine Eiplage? Okay, ich weiß schon, wofür der Schalter ist. Was gibt es denn? Ach, ich kann nach oben nicht mehr gucken. Wir sind hier schon am Ende der Map. So gesehen, weiter nach oben geht es nur in den Himmel. Okay, okay. Und hier müsste der gelbe Key sein. Und tschüss. Tschüss. Wo war denn das ganze Zeug? Wo ich das entsetzen muss? Hier war das. Okay, voilà. Die Frage ist jetzt aber, was mir das bringt. Also diese Kristalle, die müssten dich logischerweise jetzt zu irgendeiner Keycard führen. Ah. Ja, das tun sie auch. Ja, ich gucke noch nach irgendwelchen Secrets, aber ich glaube... Ne, ich glaube, diese komischen Düsen da, die sind nur zu erziert da jetzt hier. Ich glaube, das hat keinen anderen Zweck, als irgendwie Verwirrung zu stiften. Nein, du sollst fallen. Jetzt gehen wir jetzt mal irgendwo hin und beenden das Level. Okay, tun wir nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend ist doch nicht die... Anscheinend ist doch nicht die Zeit dafür gekommen. Oh Mann. Jetzt. Zwei. Drei. Vier. Was machen die Shikaris hier? Oh. Ich gehe mal... Ich gehe mal... Ich gehe mal so und mache so. Weil Süßkram hier ist. Oh. Baha. Oh, wow. Oh, wow. Wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich das denn überhaupt überlebt? Was ist das denn? Oh, nix. Wie habe ich das denn überlebt? Und wir müssen es fehlen. Ah, ich glaube... Das sind doch die Maschinen, die es auch im fünften Teil gibt. Und zwar... Das sind ja so gesehen diese Antriebe dieser ganzen Waffe. Und wir als Keen, wir möchten das alles sabotieren. Wir sind ein gesunder Saboteur. Und so beendet man das Level. That should enable the first elevator. Das bedeutet... So... Kommen wir eventuell auch in der... Na, was ist denn jetzt? Keen? Ja. Cycles, sage ich nur. Ne, wir kommen jetzt hier durch. Gibt es hier noch irgendwas? Ich wollte hier gerade springen. Aber es scheint nicht so zu funktionieren. Okay, hier gab es nur das. Ich drücke hier mal die ganze Zeit auf Leertaste. Aber ihr merkt, da ist nichts. Pap, 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 paparaparara. Und laut Chikadi Netzwerk habe ich hier irgendwo irgendwas vergessen. Vielleicht nicht vergessen, aber irgendwie ein Level übersehen oder so. Ja gut. Das wäre jetzt nicht so... Okay, hier ist der Anfang. Okay. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn man hier sowieso immer zurückkommen kann. Da war ich noch nicht. So, hier gibt es zwei Level und wir betreten das erste. Defense Tunnel. Wow. Was ist das denn bitte schon für ein Opening? Was ist das für ein Opening von einem Level? Oh mein Gott. Save. Verdammt, mir gehen die Slots aus. Okay. Das packen wir mal weg. Und was gibt es hier für komische Zeichen? Was ist denn das hier? Ähm, ich mach mal so. Ähm, äh... So, ja, ich, ähm, ja. Kein Kommentar. Geht das überhaupt? Okay, das ist gut. Okay, 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 okay. Nein! Ich habe aber hier etwas gerade bemerkt. Kann das denn sein, dass, ähm... Ei! Ich wollte auf die anderen Plattformen rüberspringen, um mir das Leben zu holen. Geht das überhaupt oder ist das irgendwie... Einen Moment. Kann man auf dem Ding da stehen bleiben darunter? Nein. Kann man nicht. Aber geht das denn überhaupt so? Ich, ich möchte... Ich, ich möchte es haben. Yeah! 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 Ich, ähm... Ihr macht mir a-a-angst. Oh, was mache ich? X-Frag auf der Jagd nach allen Punkten verliert nonstop irgendwelche Leben. Ich, ähm... Zum Glück ist die Musik hier total entspannend, weil... Cool. Pfff. Tolle. Tolle Umschreibung X-Rack. Wie immer. Nein! Da ist ein Ding! Ja, sorry. Nee. Ich, 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 ich... Wartet mal. Es gibt hier eine andere Strategie, die ich gleich verfolgen werde. Und die bedeutet, dass ich mich hier an den ersten hier jetzt mal halten werde. Denn wenn ich irgendwie irgendwas vergesse, dann habe ich noch Zeit, um auf die anderen zwei Plattformen zu springen. So. Wie zum Beispiel jetzt. Genau so. Fliegt nur nicht runter. X-Rack. Ich bitte dich. Okay, das wird jetzt tricky. Das muss... Ja, genau. So muss das gehen. Es ist jetzt mal an der Zeit, wieder hier mal abzuspeichern. Lulu schläft gerade wieder. Die brauchen wir jetzt... Alter, hier kann man... Hier kann man doch gar nicht. What the frick? Was zum... Alter! Alter! Ach, das sind... Das sind Kakaos! Oh! Was? Was zum... Oh! Wow! The Greenlock einfach nur... Wow! Die Sterne übrigens, die kann man, glaube ich, zerschießen. Ich weiß nicht, wie viele Schuss man jetzt dafür braucht. Aber ja, es geht. Ich gehe auf die anderen. Ich gehe auf die anderen, weil... Wetten auf schwer gibt es zwei... Also die zwei hinteren Plattformen nicht oder so. Ich wette, dass... Ich wette, dass auf schwer das Ganze extrem sein gerade muss. Also dieses... Was mache ich jetzt im Himmel... Was mache ich jetzt im Himmel... Im Himmelswillen, ja? Im Himmel. Wir sind schon im Himmel angelangt. Im Himmelswillen. Ich bleibe jetzt mal, weil... Ich bleibe jetzt mal, weil... Karo-Level. Oh! Die Punkte habe ich bekommen. Ich bin hier extrem gerade angespannt. Ich muss irgendwie auf die... Ja, genau so. Oh! Es tut mir leid, das Ganze abspeichern hier. Aber nein! Das geht anders nicht. Äh! What? An dieser Stelle, Leute... Wird... Nicht nur abgespeichert, sondern auch geladen... Was rede ich hier? Nein, eigentlich will ich nur den Part bänden. Das will ich eigentlich sagen. Mein Gehirn macht daraus etwas komplett anderes. Aber hey! Einfach nur hey! Wir kennen das! Wir kennen das! Und somit... Ähm... Ja. Verabschiedet mich von euch. Von diesem Part. Ja. Mein Gehirn kommt gerade mit... Mit dem Ganzen hier gerade nicht zurecht. Erst die volle Konzentration. Jetzt muss ich den Part hier wieder auch schon beenden. Und deswegen ganz, ganz kurz, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. liaius wohnt... Wir sehen uns im nächsten getting ares.